Musik Michael Musik Musik Ich bin nicht so, dass du am Buffet gehst, oder? Ja? Nee, 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 nee. Dann ist es auch gut, oder? Ja, eben. Ja, nach drei Tage fahren. Wenn wir jetzt mal nicht zusammenhalten, dann weiß ich es auch nicht. Aber! Ja, sechs hast du, Ostlandbrück. Ja, war den zwei der Angierende? Hast du gelesen? Also, ich habe hier... Die sind alle voll. Die sind alle voll. Jetzt kriege ich Angst. Das sind Sonderbatterien. Das sind andere Arten. Ja, keine Frage. Ja, genau. Die Läden, die Läden, die Läden. Ja, hier sind zwei. Die Läden noch gerade praktisch viel Maschinen bereit. Ja, da gibt es keinen. Die Läden noch nicht. Die Läden noch nicht. Ich meine, ich lasse das so, aber einfach kannst du da mal abholen. Wo kommst du hier nur auf 9 Waren lassen? F9. Ja, klar. Ja. Genau. Ne, alle drei Sets genau. Einmal zwei Waren. Das gibt ja Flugplanung. Und... Und... Das Z2... Minimum zweimal zu schaffen. Ja. 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 Das ist halt alles, was du schaffst, oder? Oder hast du recht? Das steht ja altersmäßig zum Geraden. Ja. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin das so weit. Aber ich habe heute geschlossen. Ja. Ich laufe jetzt noch ein bisschen weniger, um einfach dann gleich noch ein bisschen rauszuschaffen. Das ist frei. Das ist frei. Das ist frei. Und hier muss ich jetzt zurück fahren. Ja? Ja. 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 Ja, aber... Ja. Ja, aber... Ja, aber ich habe ja das Zeit, die jetzt zu nach dem Thema verliebt. Ja, aber das schaff ich nicht. Weil ich habe ja das Zeit... Ja, dann behalten Sie mal in der Augen rein. Ja, genau. Um das Thema geht's. Ja, genau. Ja. 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 Volkmann, Volkmann hieß ja, das war, Volkmann, ja, Volkmann, mit dem habe ich gerade in 10 Jahren zusammengehalten, Uwe, Uwe, ganz genau, Uwe, sei es die Welt, Volkmann, 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 Volkmann Also, ich will damit sagen, ich bin nicht so der Kuh, die Autoforte. Aber ich bin da nicht von, wenn ich gerade vorgekommen bin. Ah, siehst du? Und Rheinheim-Zugmeldungen, der 47201 in Rheinheim. Richtig. Und 47202 angenommen. Wie ist das denn hier? Ui. Ja, was ist das? Im Original-Strom machen wir. Wenn wir uns das hier mal anschauen, das ist eine tolle Ablegung. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.